Na alle zusammen, hier ist wieder heute Land, schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Und zwar geht es heute um einen Mount, das wir über die neue Expansion erhalten können, wenn wir uns die denn kaufen in der mittleren oder großen Version. Die werden wir uns gleich nochmal angucken. Und zwar heißt es einmal Algarischer Sturmreiter und die Reitgeschwindigkeit ist bis zu 830% erhöht. Heißt, es ist ein Mount, mit dem wir Drachenreiten ausführen können. Es gibt hier auch noch ein paar Special Sachen, die ich euch gleich mal zeigen will. Als erstes schauen wir uns das Mount mal ein bisschen genauer an. Ihr seht, das ist hier so ein Greifen-Mount in einem relativ coolen Blauton. Und wie schon gesagt, müssen wir da einmal die neue Expansion für kaufen. Wir können das Mount auch customisieren, heißt alle möglichen Sachen ändern. Das werden wir auch nachher zusammen machen. Es gibt eine Special Quest, wo wir dann noch ein paar Heldentaten uns holen können, wo es dann auch noch einen Titel gibt und ja, noch vieles mehr. Als allererstes, bevor wir jetzt reingucken, woher kriegen wir das Ding? Und zwar habe ich das hier schon einmal aufgemacht, den WoW-Shop. Und hier können wir uns jetzt die neue Expansion holen, World of Warcraft The War Within. Und da gibt es wieder drei verschiedene Versionen. Es gibt die Base-Version für knappe 50 Euro, die HC-Version für knappe 70 Euro und die epische Edition für knappe 90 Euro. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt als allererstes mal an, was ist in welcher Version drin. Dazu tue ich mal jetzt hier das Ding ausblenden. Machen wir das mal so. Machen wir hier mal einen Vollbild-Modus, dann ist das alles ein bisschen schöner sichtbar. Also in der Base-Version bekommt ihr den Zugang zum neuen Add-On, sobald das erscheint. Und, ne, The War Was In, das haben wir in jeder Version drin. Dann haben wir zusätzlich quasi Dragonflight, ne, das ist auch drin, wenn ihr das Add-On kauft. Dann kriegt ihr einen kostenlosen 70er-Upgrade, also eine Charakteraufwertung. Habe schon geguckt, habe jetzt schon eine auf dem Account zur Verfügung stehen. Muss mir überlegen, für was ich die verwende. Also das haben wir. Dann bekommen wir Händler-Devisen und je nachdem, welche Version wir kaufen, unterschiedlich viele. In der Base-Version 500, in der HC-Version 750 und in der epischen Edition 1000. Übrigens, mir wurde gesagt, weil ich, als ich das gekauft habe, die nicht bekommen habe, die kriegt ihr in der Truhe, wo ihr eure Händler-Devisen sonst auch rausholen könnt. Ich habe selber noch nicht geguckt, aber das wird mir zumindest erzählt. Also falls ihr dasselbe Problem habt, da könnt ihr schauen. Dann haben wir hier Algarischer Sturmreiter mit dynamischen Fliegen, Dutzenden Anpassungsoptionen, Zugriff auf spezielle Rennstrecken. Das sind die Sachen. In der Base-Version gibt es das nicht. Dafür müsst ihr zumindest die HC-Version kaufen. Beziehungsweise, wenn ihr die epische Version kauft, ist es auch drin. Dann haben wir ein Aufwertungstransmogrifikations-Set. Das habt ihr in der HC- und in der epischen Version. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt gleich mal an, wie das aussieht. Also das haben wir einmal, wenn wir natürlich unter Vorlagen gehen. Und hier seht ihr, ist das Set. Sieht ganz nett aus, kann man nichts sagen. Sieht sehr nach Platte aus hier, von den Schultern und bei den Händen auch. Kann ich auch als Drill tragen, also bei jeder Klasse ist das verfügbar. Genau. Dann als nächstes haben wir hier Zugriff auf die Beta. Also ihr habt quasi dann Zugriff anscheinend auf den Beta-Server, sobald der live geht. Dann haben wir drei Tage Early Access von der neuen Expansion. Also ich habe mir wegen dem Collector-Bist die epische Version gekauft. Aber das mit dem Early Access bin ich ehrlich gesagt kein Freund von. Aber naja, den nimmt man halt mit. Kriegt man halt dann hier zusätzlich. Dann 30 Tage Spielzeit. Das denke ich mal selbst erklärt. Dann gibt es ein Haustier, Pausti und ein Spielzeug-Sandkasten-Sturm-Greif. Und die können wir uns jetzt auch mal angucken. Also das Haustier ist das hier, Pausti. Das ist quasi unser schicker Greif, nur noch einmal in klein. Und dann haben wir den Sandkasten-Sturm-Greif. Das ist ja ein Greif, den wir aufstellen können. Und dementsprechend ist das ja so ein kleines Toy, auf dem wir reiten können. Wir haben auch unten Aktions-Buttons. Aber die scheinen aktuell noch verpackt zu sein. Also da können wir nichts machen. Und das Ding hat drei Minuten Abklingzeit. Genau. Das sind soweit die Sachen, die wir kriegen. Ein letztes war, glaube ich, noch dabei. Effekt Irrderner Ruhestein des Tiefenbewohners. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das auch noch mal ein Toy ist oder was das jetzt genau ist. Es soll anscheinend ein Ruhestein sein. Jetzt schauen wir mal. Tiefen Bewohner. Ah, es ist ein Ruhestein. Okay, also wir haben sogar zwei Ruhesteine. Jetzt können wir den einmal ausprobieren. Schauen wir mal, wie das aussieht. Okay, es ist auf jeden Fall so ein Sturmeffekt. Sieht ganz cool aus tatsächlich. Ja, doch, macht was her. Jetzt tun wir das aber abbrechen. Gut, als allererstes gucken wir uns jetzt aber noch eine Geschichte an. Und zwar, jetzt tue ich erstmal noch einen normalen Sturmdrachen beschwören. Ihr seht, das Interface hier hat an der Seite so Flügel. Wenn wir uns jetzt den algarischen Sturmreiter beschwören, dann sieht das schon mal anders aus. Wir haben hier so Blitze und es funkt auch am Anfang. Was ich relativ cool finde tatsächlich. Das Fliegen ist eigentlich gleich wie beim Drachenreiten auch. Also wir haben selbige Fähigkeiten. Plus haben wir hier Blitz erfüllt. Da haben wir anscheinend irgendwelche Stacks. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wo man die auflädt. Aber gut. Sonst hat er eigentlich die ganz normalen anderen Effekte wie der normale Drache auch. Dann habt ihr jetzt eben noch gesehen, dass wir hier so einen kleinen Drachen hatten. Und zwar den hier. Da können wir eine Questreihe annehmen. Und diese Questreihe sind dann einfach ein paar Rennen. Mir wurde gesagt, in jedem Gebiet hat man dann quasi ein Rennen, das man absolvieren kann. Und das ist dann auch wieder auf Bronze, Silber, Gold. Und es gibt dann dementsprechend auch eine Heldentat. Wenn ihr alle auf Bronze habt, kriegt ihr eine. Wenn ihr alle auf Silber habt, kriegt ihr eine. Und wenn ihr alle auf Gold habt, kriegt ihr auch eine. Und da soll es auch noch einen Titel geben. Also dementsprechend könnt ihr dann die Quest annehmen. Bei mir war es so, ich musste einmal quasi die Zone switchen. Und dann ist erst die Quest aufgeploppt. Vielleicht ist das bei euch eventuell auch so. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Customize-Optionen an. Wir haben nämlich einmal hier bei dem Pondest verschiedene Sachen, die wir auswählen können. Und schwar haben wir jetzt hier hinten Algarischer Sturmreiter. Und hier haben wir dementsprechend verschiedene Sachen. Also wir können natürlich die Farbe auswählen. Drei verschiedene Versionen, halt das Blau, dann ein Lila und ein Gelb und ein Rot. Also sieht schon mal ganz cool aus. Wir lassen jetzt aber mal das Blau. Dann können wir verschiedene Halsplatten-Geschichten auswählen. Also wir haben keine Halsplatte und Anhänger. Ich lasse mal die Platte. Dann haben wir einen Sattel, den wir quasi ändern können. Wir können keinen Sattel nehmen. Dann Hammer können wir nehmen. Und so ein Fackelschrein steht da hinten. Das sieht für mich eher aus wie so ein Kristall. Dann haben wir hier Brust. Da können wir dann auch verschiedenste Sachen nehmen. Wir können das natürlich ausblenden. Verschiedene Hanische. Uh, das schildet sich relativ nice aus. Ich glaube, das nehme ich mal. Tun wir das mal austauschen. Dann können wir die Rüstungsfarbe anpassen. Verschiedene Tone. Ich finde aber den Grundton eigentlich relativ cool, das Goldene. Dann haben wir eine Option, den Schwanz zu ändern. Der Schwanz ist jetzt eher wie bei so einer Katze, würde ich sagen. Aktuell. Und den können wir natürlich auch ändern. Hier so ein bisschen buschig, in wild und struppelig. Ich glaube, ich nehme das buschig. Und dann können wir auch den Kopf ein bisschen ändern. Erstmal den Schnabel. Da haben wir verschiedene Optionen. Sichel, Adler, Raptor, Rabe, Klinge und Gepanzerte. Ich glaube, ich nehme das Gepanzerte tatsächlich. Dann haben wir eine Krone. Da habe ich jetzt aktuell keine. Dann haben wir gerade. Geschwungen. Verziert. Und stachelig. Vielleicht müssen wir das ein bisschen drehen, dass man es besser sieht. Hm, ich finde das gar nicht schlecht. Und was haben wir dann noch? Stirn, Augenbüschel. Gut, ich habe jetzt da gerade so ein Ding aus. Da wird man wahrscheinlich nicht viel sehen. Ah, doch. Da oben. Da tut sich dann noch ein bisschen was. Ich glaube, ich nehme mal ästhetisch. Und Wangen. Was können wir da noch ändern? Ah, das sind hier die Federn, ne? Buschig. Dick. Und wild. Genau. Das sind die Optionen, die wir hier haben. Und ja. Da könnt ihr das Ganze umstellen. Wie gesagt, ich denke mal, das meiste macht halt die Farbe aus. Wir können den komplett goldenen nehmen. Aber ich lasse ihn mal blau. So, wir nehmen das mal an. Und ja, das sind die Optionen, die ihr quasi einstellen könnt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Mount findet und welche Version ihr euch kaufen werdet oder ob ihr die schon gekauft habt. Und ich werde jetzt dann noch diese Drachenrennen einmal ausprobieren und schauen, wie leicht oder schwer die sind. Was ich auch noch gucken muss, was das hier mit dieser Fähigkeit auf sich hat, weiß ich aktuell noch nicht. Aber ich denke mal, während den Drachenrennen werden wir das auf jeden Fall einmal rausfinden. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefühlt, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.